Was bedeutet aktuell die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung? Darum geht es heute in dieses Video. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Inhalte zu verpassen. Aktuell, durch die Corona-Pandemie, habe viele Menschen mit Behinderung Angst, dass sie zum Beispiel nicht mehr arbeiten gehen können, in die Werkstätte weiterhin gehen können, aber auch, dass die Menschen mit Behinderung weiterhin in ihr Geld gekürzt werden, aber auch die andere Seite von den Wohnheimen. Die Menschen mit Behinderung haben sehr, sehr viel Angst, ihre Verwandte nicht mehr zu sehen. Das ist eine super hohe Belastung für die Menschen. Schaut euch mal vor, ihr lebt in so einem Wohnheim und ihr dürft eure Verwandte, eure Familie nicht sehen. Vielleicht habt ihr dann nur eine Freundin oder so und könnt die Daraus halt eben nicht sehen, weil die sagt ganz klar, nein, ihr dürft keinen Besuch empfangen, ihr dürft aber auch nicht rausgehen. Das geht auf jeden Fall viel zu weit und da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass auf jeden Fall da, auf jeden Fall in dieser Hinsicht her, das Ganze auf jeden Fall gelockert wird, dass man aber auch den Betreuer von daheim zum Beispiel signalisieren tut. Hey, hör mal zu, das geht absolut zu weit. Eine Menschen mit Behinderung habe dieselbe Rechte, wie jetzt Menschen, die jetzt keine Behinderung haben, auch durch die Corona-Pandemie. Darüber, über die Inklusion, habe ich sehr, sehr ausführlich in das letzte Video darüber geredet. Könnt ihr gerne mal hier oben bei das I, gerne mal reinzauern. Das ist das erste Video, was ich dort verlinkt habe. Gerne mal reinzauern. Wie gesagt, auf jeden Fall durch die Corona-Pandemie aktuell. Es gibt noch ganz andere Bereiche, wo die Menschen mit Behinderung Ängste haben. Ich weiß, es fange mir kostbar die Werkstätte an, dass viele Menschen mit Behinderung nur teilweise dort weiter arbeiten gehen können und nicht viele dürfen weiterhin dort arbeiten oder auch die Werkstätte anfangen, die Gelder teilweise zu kürzen. Wurde zwar noch nicht gemacht, aber viele Menschen mit Behinderung haben über die Ängste, dass eben das Geld gekürzt werden kann. Weil in der Vergangenheit kam es uns sehr, sehr oft genug vor, auch ohne so eine Corona-Pandemie. Das Geld einfach mal so, weil diejenigen, die um 10 Euro zum Beispiel gekürzt wurde, ist. Und ihr müsst euch vorstellen, die Menschen dort verdienen ja ohnehin ja so ein sehr, sehr wenig. Im Durste 200 Euro. Also es ist wirklich nicht viel, um zu leben. Und da muss man wirklich darauf gucken, dass auch da die Menschen ihre Rechte auf jeden Fall dort gewahrt werden, damit die Menschen mit Behinderung auch weiterhin gesund auch dort arbeiten gehen können. Und da müssen wir gucken, wie eben die genauen Lösungswege aussieht oder was halt eben die Corona-Pandemie aktuell für die Menschen mit Behinderung denn ganz genau bedeutet. Es gibt ja super viele Arte von Behinderung. Nur weil man jetzt zum Beispiel eine Behinderung hat oder eine Menschen mit Behinderung betrachten sollte. Weil Menschen mit Behinderung, die eine Behinderung haben, gehören nicht zwangsläufig zu die sogenannte Risikogruppe. Weil Menschen mit Behinderung sind genauso vielfältig wie Menschen ohne Behinderung. Und da müssen wir einfach darauf achten, dass man da lieber auch nicht die Rechte von Menschen mit Behinderung eingekriegt werden. Oder wenn die Menschen mit Behinderung zum Beispiel in Trankgehäuser kommen, dass die zum Beispiel Angst haben, dass die konsequent auch sortiert werden, dass mir eher jetzt die gesunde Menschen helfen als derjenige, der eine Behinderung hat. Zum Beispiel derjenige, der jetzt nur eine geistige Behinderung hat, ist es vieles nicht zwangsläufig von Corona gefährdet dadurch. Ganz klar, aber der wird dadurch nicht gleich behandelt, weil die wollte erstmal die gesunde behandeln, weil die habe eine höhere Prozentschance ansatzweise, um überleben zu können. Und dann müssen wir alle mal sammeln, gucken, wie man genau die Bereiche besser gestaltet für Menschen mit Behinderung, wie man das Ganze deutlich besser und angenehmer für die Menschen macht. Ihr könnt ja gerne mal dazu Themen oder Themenvorschläge, Kommentare gerne mal geben, was man denn da genau denn machen sollte, um eben dort die Bereiche für Menschen mit Behinderung, die ich auch angesprochen habe, und die Bereiche, die auch bestimmt ihr kennt, falls ihr so Einrichtungen, Liebe, Werkstätten oder Wohnheim, ganz egal, was man denn dann ganz genau dort machen kann. Ja, sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und oben auf den I findet ihr noch weitere Videos über das Thema Corona zum Beispiel oder Thema Werkstät zum Beispiel. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, bis dann und haut rein!